Ja, ich laufe bedeutend besser, die Schmerzen sind in der Hüfte und im Rücken annähernd weg und ich laufe auch, ich merke, dass ich auf die Füße wesentlich besser abrolle, ja, als die ganze Zeit. So, ich kann sogar wieder auf den Zehenspitzen stehen. Und das ging vorher nicht? Nee. Ja, toll. Wahnsinn. Noch hin, aber dahin konnte ich noch nicht. Ja, aber zu faire Übungsgeschichte. Ja, super. Freut mich. Danke. Ja.